hallo liebe schachfreunde herzlich willkommen zu mustermatt heute zum zweiten mal ein video zu dem problemgenre selbstmatt und diesmal sehen wir uns ein thema an was das vielleicht bekannteste im selbstmatt ist die fata morgana was eine fata morgana ist da hat glaube ich jeder so eine ungefähre vorstellung von wenn man es genau wissen will dann könnte man sich auf youtube ein video angucken aus der terra x-reihe ich verlinke das mal in der beschreibung wenn ich ganz unwissenschaftlich rangehe dann würde ich einfach sagen fata morgana ist wenn ich etwas sehe was gar nicht da ist und genau in diesem sinne wird der begriff im problem schach eingesetzt schauen wir uns die stelle mal an ihr seht schon an der forderung da steht selbstmatt in sechs und dann steht da noch ein sternchen und das sternchen ist immer ein zeichen dafür dass man nach einem satzspiel suchen soll also untersuchen soll was wäre denn wenn schwarz am zug wäre und da muss man nicht lange gucken wenn schwarz am zug wäre gäbe es nur einen zug nämlich läufer schlägt c2 und dann wäre weiß matt das heißt es sieht so aus als ob wir schon fast am ziel wären sind wir aber natürlich nicht ihr könnt aber versuchen die aufgabe selber zu lösen nicht ganz einfach einen kleinen tipp habe ich im laufe der lösung kommt es zu einem platz wechsel zwischen zwei weißen steinen ja wir haben dieses schöne satz matt aber wenn man sich die stellung ebenso ein bisschen anguckt dann merkt man egal was man mit weiß zieht und irgendetwas müssen wir ziehen diese zugstammstellung werden wir auf jeden fall kaputt machen das heißt wir müssen auf irgendetwas ganz anderes umsteigen die lösung fängt an mit springer nach f3 jetzt könnte schwarz natürlich immer den matzug machen aber macht er natürlich nicht stattdessen schlägt der könig den springer jetzt kommt ein wirklich überraschender zug wir spielen die kurze rochade und damit ist natürlich der schwarze turm als matt gebener stein wirklich aus dem rennen jetzt kann der könig nach e3 oder e2 das ist egal als nächstes kommt turm e1 schach der könig muss zurück nach f3 jetzt zieht der weiße könig in die ecke und wir haben einen kompletten platzwechsel zwischen dem könig und dem turm und jetzt muss schwarz tatsächlich diesen zug machen läufer schlägt c2 aber es ist natürlich kein matt mehr dafür haben wir was anderes läufer e4 schach der schwarze läufer muss den weißen läufer schlagen und die dame gibt ein schach auf f2 der könig muss die dame schlagen und der schwarze läufer ist derjenige der matt setzt und der schwarze turm spielt aber auch noch mit er muss nämlich den weißen turm fesseln also an einer solchen lösung kann man schon eine ganze weile rumknobeln fata morgana sind oft ziemlich schwierig zu lösen und ich habe jetzt noch eine zweite die zu meinen absoluten lieblingsstücken gehört der autor dieser aufgabe ist michel cailloux einer der kreativsten köpfe im problem schach und er hat auch hier dem thema fata morgana eine ganz eigene note gegeben wenn ihr euch selber daran versuchen wollt dann wäre mein löse tipp das reale matt am schluss ist gar nicht so viel anders als das satz matt was wir hier am anfang sehen wenn schwarz anzug wäre das ist klar dann müsste der schwarze bauer die dame schlagen und das wäre schon das matt aber wir müssen eben irgendwas mit weiß ziehen können das nicht aufrechterhalten und jetzt passiert in der lösung etwas was man in fata morgana schon öfter mal sieht etwas paradoxes wir schlagen nämlich im schlüssel genau diesen stein der im satz matt doch eigentlich uns so schnell ans ziel bringen sollte springer schlägt e3 ist der erste zug der könig kriegt ein fluchtfeld der kann nach e5 die dame zwingt ihn zurück nach d4 opfert sich dann auf e6 jetzt geht der springer zurück nach c4 und die beiden bauern laufen wir holen uns eine dame und die dame zieht nach f2 und das sieht genauso aus wie die anfangsstellung aber der unterschied ist halt es ist eine andere dame und es ist ein anderer bauer und dieser bauer muss jetzt halt auch die dame schlagen mit matt sehr originelles problem und jetzt geht es weiter ganz ohne luft spiegelungen mit der auflösung des cliffhangers von letzter woche ein zweizüger von herbert hultberg der fehlversuch wäre der hier der bauer wandelt sich in einen turm um deckt den weißen läufer auf a2 und jetzt drohen wir mit dem läufer auf b2 matt zu setzen im moment wird der läufer auf a2 ja von zwei türmen gedeckt eine dieser beiden wirkungslinien wenn wir verstellen mit dem mattsug deshalb kann schwarz sich verteidigen indem er die zweite wirkungslinie verstellt das ist das thema a und der richtige schlüsselzug ist a8 dame die gleiche drohung und auch die gleiche parade der springer verstellt die wirkungslinie der dame aber im gegensatz zum turm hat die noch dieses feld dame h8 und das ist matt das ist der neue cliffhanger worum es thematisch geht das könnt ihr euch bestimmt denken auflösung nächste woche außerdem nächste woche wieder ein ganz orthodoxes thema nämlich der sogenannte seeberger wenn euch das video heute gefallen hat dann freuen wir uns über likes über kommentare und über neue abonnenten und damit sage ich tschüss bis zum nächsten mal